Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich mit einem Erlebnis beginnen, das ich vor einigen Wochen hatte. Es war auf einer Autobahnraststätte. In einer Ecke dieser Raststätte spielten Eltern mit ihrem Kind und haben viel gelacht und hatten Spaß. Das Kind war vielleicht drei Jahre alt und hatte Down-Syndrom. Es trug ein T-Shirt auf dem Stand, wie schön, dass es mich gibt. Dieser Satz traf mich direkt ins Herz, auch weil es so zu diesem lebensbejahenden Kind passte. Ich finde, er trifft das Problem. Wollen wir wirklich die Umstände erleichtern, dass es künftig solche Kinder nicht mehr gibt? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Befürworter der Pränataltests als Kassenleistung argumentierten in erster Linie sozialpolitisch. Ich glaube dagegen, darauf darf man die Frage der Bluttests nicht reduzieren. Denn es ist natürlich so, dass sich Eltern nach einem positiven Trisomie 21-Befund verstärkt mit der Möglichkeit der Abtreibung befassen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn Eltern sich entscheiden, ein Kind mit Down-Syndrom abzutreiben, so ist das ihre ureigene Sache und zu akzeptieren. Da darf sich der Staat nicht einmischen. Wenn der Staat aber kostenlose Trisomie 21-Test zulässt, so hat dies eine deutlich andere Dimension. Der Test soll Eltern mit werdenden Kindern mit Down-Syndrom in die Lage versetzen, sich möglichst frühzeitig mit der Frage der Abtreibung zu befassen. Und 90 Prozent der Frauen treiben ihre Kinder nach einem positiven Testergebnis ja auch tatsächlich ab. Und genau das ist die staatspolitische und ethische Dimension unserer Entscheidung. Soll der Staat mit seiner Finanzierungsentscheidung aktiv die Voraussetzungen für Abtreibung von Kindern mit Down-Syndrom erleichtern? Meine Überzeugung ist, nein, das soll er auf gar keinen Fall. Es darf niemals Aufgabe des Staates sein, aktiv dazu beizutragen, dass Leben verhindert wird. Daher bin ich der Auffassung, die Einführung von kostenlosen Trisomie 21-Tests ist eine falsche Wertentscheidung. Eine Wertentscheidung gegen das Leben von Kindern mit Behinderung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte, dass der Staat eine andere Wertentscheidung trifft. Dass er sich positiv zum Leben von Kindern mit Down-Syndrom bekennt. Dass er Rahmenbedingungen schafft, dass diese Kinder in unserer Gesellschaft willkommen sind. Ich möchte, dass wir jedem Kind mit Down-Syndrom am Ende mit vollem Herzen sagen können, wie schön, dass es dich gibt. Applaus Applaus